Ich bin Melissa Esplin und Firmeninhaberin von Calligraphy.org. Als Calligraphin hat man nur eine kurze Bearbeitungszeit, um einem Kunden einen Stempel zu fertigen. Deshalb liebe ich die Silhouette Mint. Sie ist ein wirklich tolles Kreativwerkzeug, mit dem ich sehr schnell Stempel anfertigen kann. Ohne die Silhouette Mint würde ich viel Zeit, eine Menge Geld und Unmengen an Material verschwenden. Mit der Silhouette Mint weiß ich genau, dass ich innerhalb weniger Minuten zum Ergebnis komme. Mit einem herkömmlichen Drucker können Sie nur mit bestimmten Papiersorten arbeiten. Aber mit der Silhouette Mint sind Sie in der Lage, zwei oder auch dreidimensionale Objekte mit Ihrer persönlichen Note zu versehen. Sei es zum Beispiel eine Serviette, eine Tasse, einen Pappteller oder einen Briefumschlag. Wenn ich einen Stempel anfertige, schreibe ich mit einem schwarzen Marker oder mit schwarzer Tinte auf weißem Papier. Danach fotografiere ich meine Zeichnung ab und passe den hell-dunkel Kontrast entsprechend an. Anschließend lade ich das Bild mittels der Mint-Software auf meinen PC und sende es an die Silhouette Mint. Es ist so einfach. Sie können unzählige effektvolle Ergebnisse erzielen, indem Sie eine vielfältige Bandbreite an Farben verwenden können. Meine Tochter ist eine Künstlerin und sie malt und malt. Sie zeichnet die unglaublichsten Vögel und sie interessiert sich unheimlich für Kalligrafie. Es ist so toll, die Möglichkeit zu haben, Ihre Kunst in einem Stempel festzuhalten, und diese Begeisterung zu sehen. Jeder kann großartige Stempel machen. Selbst Kinder oder auch diejenigen, die sich weniger als Künstler sehen. Mit der Silhouette Mint können alle Künstler sein.